Hallihallo Leute, ähm, ich hab mir gedacht, ähm, dieses Intro ist Quatsch, ich brauche keins. Deswegen, ähm, machen wir heute, naja, ich muss mal gucken, ich muss mal gucken, wo die Welt ist, hm, ah ja, hier, ähm, das ist nicht, was wir machen könnten. Ähm, hört sich irgendwie an, jetzt sterbe ich gerade, oh, also, oh, hier bin ich hier, komm her, au, still, ja, das war knapp, ne, jedenfalls, ich glaube, wir sollten schlafen gehen, das geht jetzt nicht, mal zuckeln, so, ähm, die Welt ist doch eigentlich recht gut, oder? Ich mein, schreibt mal in die Kommentare, ob ich, was ich noch an dem Haus machen soll, oder soll ich auf Suche gehen nach, noch mehr Eisen, oder sonst die, nämlich runtergraben, oder so. Also, es wäre praktisch, äh, ja, ich hab in letzter Zeit kein neues Video gemacht, fragt mich nicht, fragt mich nicht so, ich hab auch mal keine Zeit. Also, nehmt mich übel, aber, ähm, ja, wieso ist das Haus so am Arsch? Ach ja, Mr. Jolo hat hier was angestellt. Oh, nur unter mir. Hm, hm, naja, ähm, hm, hm, ich muss mal gucken, ob, schreibt mir in die Kommentare, ist es besser, wenn, Leute noch mit in der Welt sind, oder, wenn ich alleine spiele. Schreibt's mir in die Kommentare. Hi, Enderman, soll ich dir in die Augen gucken? Hm, hab ich dir in die Augen geguckt? Oh. Ich bin in die Augen geguckt. Äh, groß, ich stirb. Oh, oh, Scheiße. Was, 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 was? Durch der Besserung. Oh. Ich weiß, wo er ist. Oh Gott. Ach, du Scheiße, ich bin ja nicht da. Ich soll ins Haus gehen, nicht wahr? Äh. Na, schnell, 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 schnell. Oh, großer Gott. Ich bin nicht, ich bin nicht tot. Ich muss mir das Herz mal generieren. Ähm. Was haben wir im Moment im Inventar hier? Ja. Was? 64 Gold? Okay. Also, ähm. Ich mach mal, schreib mir in die Kommentare. Ähm. Schreib mir in die Kommentare, ob ich lieber hier in dieser Welt weitermachen sollte. Oder ob ich... Videos von meinen anderen Welten. Ich hab sehr viele Welten. Inzwischen, ich back's auch öfters mal. Ich mein, nach dem Update sollte es eigentlich aufhören, aber... Bei mir irgendwie funktioniert's immer noch nicht so gut. Jedenfalls... Ja. Schreibt's mir, ob... Ob ich hier mit weitermachen soll. Oder ob ich jede Folge mal eine andere... Eine andere Welt von mir zeige. Hm. Cool. Ich würde mich sehr darüber freuen. Oh. Oh mein Gott. Brr. Der explodiert auch mal. Brr. Mann, Mann, Mann. Oder ob ich in dieser Welt mal da auf dem Berg da hoch soll. Da könnten wir ein zweites Haus bauen. Oder unser Haus überhaupt da. Wäre noch nicht schlecht, oder? Wisst ihr was? Das machen wir. Ich mach das aber in der nächsten Folge erst, oder? Ich baue zwischendurch, wenn... Ähm... Wo ich immer keine Folge mache. Ähm... Baue ich meinen Weg dahin. Aus Holz oder sonstiges. Und... Ja. Dann zeige ich euch in der nächsten Folge, wie wir da oben unser Haus bauen können. Unser zweites Haus. Oder so ein großes Haus. Was... Was soll's? Häuser sind Häuser. Bei Minecraft baut man nun mal Häuser. Ähm... Kleine Info. Ja. Diese Folge. Also. Nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben. Bis dann.